Ja, 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 ja. Wir singen diesmal das Info. Singt alle mit. Let's go. Ja, der Dieb versteckt sich in der Villa und drei Leute suchen nur nach ihm. Wird er den Schatz winken oder will er sterben? Das seht ihr in diesem Video, Video. Lässt natürlich ein Abo da, Abo, Abo und natürlich auch ein Like, 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 Like. Wenn ihr es nicht tut, dann seid ihr richtige Z-Mex. Richtige Z-Mex seid ihr dann. Also lasst ein Like, ein Abo da. Let's go. Ich bin auf der Suche nach mir selbst. Nach mir selbst auch. Ich vergesse mich. Sag mir wieder. So Freunde, wir sind jetzt hier auf unserer Yacht und ihr seht schon, wir haben unser Equipment hier ready. Die Frage ist aber, was nehme ich mit, um gleich in diese Villa einzubrechen? Ich hoffe nur, die Wachen sind nicht stingen. Zu stark, Digga, weil am Ende Genickbruch, bevor ich ankomme. Was nehme ich mit? Erstmal brauche ich überhaupt geile Auswahl. Den Save. Der muss mit. Die sind auch wichtig. Eine Waffe müsst ihr auch mitnehmen, Digga. Das kann ich mitnehmen. Das. Letztes Item. Okay, letztes Item müsste eigentlich eine Waffe sein, Digga. Ich will alles mitnehmen, Alter. Ich habe aber keinen Platz. So, okay. Ich bin ready. Ich habe meine ganzen Sachen. Ich komme jetzt. Übrigens, Freunde, nicht wundern, dass so viel Nebel ist extra, weil gleich sind wir erstmal im Haus da. Und die Jungs wissen auch gar nicht, von wo ich komme. Das ist auch noch das Geile. Geht auf die Dächer, Jungs. Ich habe auch eine kleine Notfallattacke. Die werde ich aber nur einzig mal benutzen, weil die sonst ein bisschen zu stark wäre. Ich bin aus Patrouille 3. Oder du bist aus Patrouille 3. Ich bin die Nummer 1. Ich bin immer die Nummer 1. So, Freunde, ich sehe da hinten die Türme von der Villa. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall näher. Und jetzt irgendwo müssten die gleich wahrscheinlich schon gucken, ob sie jemanden sehen. Okay, Freunde, da hinten ist es. Das ganze Gebiet. Wir sind jetzt gleich da. Soll ich von hier kommen? Ich schwimme erstmal langsam, weil Budak wird auf jeden Fall auch viel hören. Hey, Budak, check du mal Brücke. Okay, Brücke, das ist gut. Gut, dass ich in deren Funk drinne bin. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn, Jungs. Wie er sieht mich. Alarm. Wie er sieht mich. Bei dem Tauer, bei dem, bei dem, ich schieße da rauf. Da hinten habe ich ihn gerade gespottet. Oh mein Gott. Da irgendwo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, mir kommt es noch nicht so lange vorbei, Alter. Okay, okay, alles gut. Kein Problem. Kein Problem. Oh, er schießt auf uns mit USP's. Oh, ich habe Budak. Der geile Gaula. Wo ist der denn? Der Budak, der Budak. Er ist da wahrscheinlich nicht schossen, ab, Idioten. Und jetzt schnell erstmal verstecken, okay? Nein! Genau da irgendwo. Oh mein Gott, ich habe einen Schuss. Oh, ich schieße hier unten im Wachsalarm. Kommt sich an. Fuck, 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 fuck. Die wissen direkt schon, wo ich bin. Nein! Bitte nacht, Achmed. Oh mein Gott. Okay, Bruder, Digga, Budak ist ja übel, Hawkeye. Round 2. Okay, der erste Versuch war leider nicht so gut. Aber, Freunde, wir sind direkt wieder da und wir probieren es nochmal. Das war natürlich nur eine Simulation. Der richtige Probierding kommt jetzt erst. Die Sache ist aber auch, wie finde ich denn jetzt raus, wo die sind? Ich bräuchte eine Sniper oder sowas. Wir gehen mal den anderen Weg außen rum. Vielleicht, wenn ich da oben hinkomme. Vielleicht auf diesen Wachturm. Wir gehen mal rein. Okay, mal gucken. Komm, 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 langsam, langsam, langsam. Oh, da haben wir einen. Okay, einen Wachen haben wir. Den sehen wir. Aber ansonsten. Ich check mal ein bisschen rum, Jungs, ja. Ich würde sagen... Hat jemand schon links abgecheckt? Ah, da ist hier noch einen. Okay, okay, okay. Bevor ich jetzt aber den töte, würde ich sagen, passe ich lieber erstmal auf. Oh, da kommt einer. Da kommt einer. Ich höre was. Shit, 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 shit. Ich höre was. Einbrecher oder wie? Ich glaube schon. Alarm, Alarm. Erst nochmal kurz einen. Der ist direkt vor uns, oh mein Gott, Digga. Komm, als Verstärkung. Die sind erstmal abgelenkt. Die sind abgelenkt. Ich gehe durch den Pool, oder? Warte, wenn ich Glück habe, kann ich komplett nach ganz hin. Ich glaube, es war nur ein Fehlalarm. Dass der Boss uns wieder hier alleingelassen hat am Haus. Das war wieder... Ich höre Schritte im Haus, Schritte im Haus. Was? Schritte im Haus. Die hören doch gar nichts, die hören doch gar nichts. Eingriff. Eingriff, Eingriff. Ich höre irgendwas im Wasser auf. Komm, ich muss das kurz kaputt machen. Oh, ich schläge... Jemand brennt ein. Ich bin in der Luft am Fliegen. Kurz Evakuierung, kurze Evakuierung. Ich bin im Wasser festgepackt. Ich konnte nicht mehr raus. Ich höre nur gerade so Platschern, Digga, irgendwo. Egal, egal, egal. Ich lebe noch. Ich bin rausgekommen. Alles ist gut. Meine Fresse, Digga. Okay, Freunde. Es war eigentlich schon mein Plan, da unter das Wasser stecken zu bleiben, aber... Oh, Patroni 1. Wohin fliegst du? Wohin geht der denn? Bruder, frag nicht. Ich gehe auf Reise. Ich habe keinen Bock mehr auf meine Arbeit, ja? Okay, wir lassen den mal machen. Merkt der was? Merkt der was? Er merkt nichts. So Hütchen, pass auf. Er bist nicht. Wenn ich Glück habe... Nein, 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 nein. Da ist er, da ist er. Hey, warte, Bruder. Ich habe einen. Was passiert? Wenn ich 10.000 IQ habe, esse ich den kurz und kann... Oh! Was ist passiert? Ich bin drin. Ich bin im Haus, ich bin im Haus. Erstmal dürfen die nicht checken, dass ich im Haus bin. Digga, bis die das erstmal begreifen, kann das erstmal eine Zeit lang dauern. Aber wie lenke ich die ab? Dass die irgendwo anders hingehen. Mein Gott, übrigens mein Puls, Digga. Ich schwöre. Irgendwo müsste die Waffe hier oben sein im Dach wahrscheinlich. Ich habe eine Idee. Haben die das gehört? GNT, erst mit ihr... Haus, Haus. Sprechen Sie bitte Deutsch, Kollege. Ja, kalt bin Haus. Ich hoffe, die haben gecheckt, dass ich in der Nähe bin. Da ist ein Ei im Haus. Ei. Muss das irgendwie auf die andere Seite kommen, damit sie viel da platzieren kann und sprengen kann. Unter mir, unter mir, lang. Was war denn? Ich höre ihn auch. Ich laufe ums Haus. Digga, scheiß auf Architektur, Architektur. Wack, 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 wack. Ähm, ich glaube... Was geht hier ab? Haben die das gehört, die Explosion? Gehen wir an den Basketballplatz, Freunde. Wir gehen zum Basketballplatz. Den hat verarscht. Hä, was macht Brudak da? Ich höre irgendwas plätschern. Im Haus, im Haus! Hier! Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott. Digga, auf einmal... Ich bin im Haus, da ist ein Boden weg. Was hast du gemacht, Alter? Wir sind gerade in der Renovierungsphase. Oh mein Gott, komm, komm. Ist er noch drin? Oh mein Gott! Da kommt die Schwester. Hier, das ist Brudak, das ist Brudak, das weiß ich. Der ist hier irgendwo... Wo ist der aber? Oh mein Gott! Da ist jemand gestorben. Da ist jemand gestorben. Ah! Jetzt da, eindringen, eindringen! Nein! 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 Bruder, wie schwer ist das? Tschüss! Bruder, ich habe auch gerade so hin und her gespielt, Alter. What the fuck? Das sind mindestens zehnmal alle an mir vorbeigelaufen. Okay, ich muss sagen, das bockt aber. Wir machen es jetzt mal so. Weil Bruder ganz halt, du meint einen auf zwei hacken. Du bist jetzt Dieb, Digga. Komm. Nein! Doch! Komm, du gehst jetzt Dieb. Nein, darf ich Dieb sein? Nein, ich springe jetzt. Shotgun, Shotgun. Ach, man sieht auch die Namen von seinen Teammates. Ja. Das hätte ich ausmachen sollen, Digga. Weil dann checkt man ja direkt, wo der andere ist. Okay, okay, egal. Jetzt haben wir es halt. Jetzt weiß ich es. Bruder, ich würde so gar nichts packen, Digga. Der würde instant sterben. Okay, halten alle das Haus im Blick, Jungs. Ja. Wir haben die Gegend. Das ist ein bisschen nebelig heute, aber das ist kein Problem. Digga, man sieht ja ihn sogar, wenn er hier läuft. Jetzt sehe ich aber auch noch nichts am Horizont. Keine Schatten, gar nichts. Diese Figuren hier, Digga, haben mich als Dieb auch übel verwirrt. Bin ich ehrlich mit euch. Richtig erwirrt. Diese tanzenden Figuren hier. Wir sehen aber nice aus. Schuss, Daniel, was ist los? Nein! Dann sag das, bevor du schießt. Jungs, wir sind alle zu nah beieinander. Hey, 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 hey. Oh, 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 oh. Ich wurde abgeschossen. Echt? In dieser Richtung. Okay, kein Problem, kein Problem. Wir werden angegriffen. Gegner aus dieser Richtung. Wir werden angegriffen. Kein Problem. Ich gehe bald patrouillieren. Ich gehe Richtung Basketballplatz. Jemand greift unsere La Casa an. Sag doch immer bitte von wo. Hier. Noch niemanden. Höre auch, bis jetzt noch nichts. Jungs, warum schießt ihr die ganze Zeit? Warte mal, schießt gegen irgendwo hin. Bitte, Jungs. Ja, ja. Ihr müsst schon sagen, wenn ihr... Ja, sagt doch. Gegner. Dankeschön. Hans auf Haus. Tschüss. Okay, dann weiß ich aber, glaube ich, wo wir den Gegner finden. Okay, aber das ist jetzt nicht mehr schleichen. Das ist jetzt voller Angriff, Digga. Er macht nichts, Digga. Das hat er auch nichts mehr mit dem... Er kommt einfach mit Raketenwerfer, verballert alles durch. Nur das genommen, was mir zur Verfügung stand. Also, dass ich bewege. Wo ist das denn, Jungs? Ich schwöre, ihr seid aber auch Kack-Security, Digga. Markiert, markiert. Markiert, ich sehe nichts. Ich habe noch markiert. Er ist hier. Mann, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich sehe ihn. Eindringling. Er ist im Wasser. Er ist im Wasser. Er kommt von hinten. Ich habe ihm 50er Schaden gegeben. Also, wirklich, die schlichten war das jetzt nicht, Bruder. Oh, Gesicht weg. Ah, ja, 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 ja. Okay, Freunde. Wie ihr gesehen habt, ist es auf jeden Fall relativ schwierig, als Deeper zu gewinnen. Freunde, wenn ihr das Ganze gerne selber testen wollt, checkt hier jetzt den Code ab. Dann könnt ihr die Map auch selber spielen. Und wir sehen uns morgen. Nur, wenn ihr geliked habt. Schaut da rein. Bis zum nächsten Mal.